Liebe Freunde, der Lumatik-Film und natürlich der Tubeheads. Ja, hallo! 2016 war ein ganz schön ereignisreiches Jahr. Krieg, Chaos, Zerstörung, Bud Spencer, Prinz und Professor Snape tot. Und natürlich Donald Trump. Ja, aber es hat uns auch viele schöne Momente besährt. Momente, die unser Herz erwärmten. Du meinst den Brexit? Was? Nein. Momente, mit denen, die uns nah sind und stets begleiten. So wie die NSA. Die sind verdammt nochmal überall. Jetzt ist es an der Zeit, sich zusammenzufinden und gemeinsam auf das zu besinnen, was wirklich wichtig ist. Hm? Im Ernst? Ich hab keine Ahnung, worauf du raus willst. Äh, hör mal. Möchtest du nicht schon mal den Baum anzünden? Hä? Okay. Äh, das hätte ich vielleicht anders formulieren sollen. Fröhliche Weihnachten allerseits! Ja, genau. Weißt du was? Ich glaube, das mit den Neujahrsgrüßen lassen wir einfach bleiben. Hm? Soll das ein Witz sein? 2017 wird besser! Versprochen! Möchtest du Allah anzünden! Hö, ho, ho! Witz 9 2 working